Können wir wieder weggehen. Oh, direkt in den Kampf reingesprungen. Perfekt. So, jetzt sind wir wieder links. Jetzt muss ich rechts orientieren. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Feuer und nochmal Wasser. Wir brauchen Feuer und nochmal Wasser. Kann unser Pudding Wasserangriffe? Bin mir gar nicht ganz sicher. Ich lasse es aber so wie es ist. Eishagel. Einmal grittet. Reicht. Oder zweimal grittet, glaube ich sogar. Entzünden. Wir werden stärker und stärker. Das gefällt mir. Aber hier haben wir tatsächlich nicht wirklich was. Ja, machen wir einfach den hier. Schleimschuss. Ist auch in Ordnung. Wir haben beide Schaden, aber reicht halt nicht. Okay. So. Ja, Krallen. Mir egal. Setz irgendwas ein. Das war jetzt nicht so gut, weil... Der kann nichts machen. Setzen wir mit ihm einen AK-Blitz ein. So. Sieg. Sieg. Fünf Sterne sogar. Magma-Raupen-Ei. Ui. Wir haben nochmal eins bekommen. Aber setzen wir nicht ein. Aber cool. Ob man tatsächlich nochmal eins bekommen, ist also Theorie gleich. Man kann nur eins von jedem bekommen. Schon mal falsch und widerlegt. Gefällt mir. Wenn man nochmal... Falls jemand Guss-Raf nennt, dann kann man das mal übernennen. Aber ich denke ja sowieso, dass ich das irgendwie noch kann. Vor allem, wenn die sich vielleicht dann irgendwie mal entwickeln sollten. Falls das möglich ist. Ich weiß das gerade gar nicht. Aber ich hatte, glaube ich, so verstanden, dass das schon so ein bisschen Pokémon-Verschnitt ist. Deswegen gehe ich davon aus. So. Aber jetzt habe ich ehrlich gesagt hier so ein bisschen das Ding. Es gibt keine Speicherpunkte oder so. Ich weiß gar nicht, was ich aufhören möchte mit dem Spiel. Ne? Also momentan ist immer auch die sozusagen die erste Aufnahme. Ich werde aber wahrscheinlich mehrere Folgen draus machen werden. Aber. Tja. Mal gucken. So. Eigentlich ja wieder Wasser. Feuer. Und nochmal Wasser. Wasser. Wasser haben wir ja auch nur einmal. Nur halt nicht... Keine Ahnung. Nicht das. Ich bleib einfach bei dem drei gespannt. Ist schon okay. Jeder kriegt ja EP mit meinem Team. Das ist schon mal echt cool. Machen einfach nochmal denselben Move wie gerade auch. Den Eishagel. Das Ding in der Mitte entzünden wir. Jetzt hinten machen wir. Keine Ahnung. Gift Zustand drauf. Barriere. Die schützen sich erstmal. Feigentypen. Haben wir eigentlich auch. Aber egal. Also wir kriegen jetzt zumindest auch irgendwie so eine kleine Barriere. So scheint es. Eishagel. Nochmal entzünden. Der ist ja leider noch nicht gestorben durch das Brennen. So und da kam. Und oben rechts diese Combo verstehe ich noch nicht so ganz. Wann kriegen wir die dann aufgefüllt? Was Skillpunkte? Vielleicht warte ich jetzt eben kurz ein bisschen. Bis ich wieder Skills einsetze. Und warte mal. Dass wir so ein bisschen mehr zusammen bekommen. So ich will zumindestens jetzt nochmal. Bevor ich hier aufhöre mit der ersten. Aufnahme. Bis nach links kommen. Was ist denn hier jetzt gewesen? War ich hier? Ja achso. Hier waren die Kätzchen. Dann einmal hier runter. Und dann nochmal gegen ein paar Raupen kämpfen. So jetzt brauchen wir auf jeden Fall. Wasser. Nicht Feuer. Das ist ganz wichtig. Machen wir mal Hank. Eishagel. Also richtig Kombination habe ich noch nicht so ganz drauf. Aber wird schon passen. Buffen wir mal ein bisschen Zauberei. Das ist magisch. Also wenn wir es schon buffen, dann machen wir das auch. Wieder ein Debuff. Das ist aber ein bisschen verwundbarer. Können wir den vielleicht, obwohl jetzt noch die Verteilung drauf. Vielleicht One-Hitten. Gleich mit Toto. Aber daraus wird nichts. Eishagel. 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 Na wird knapp auf jeden Fall. Wenn wir gut gritten schon. Ja. Nice. Haben wir gut gehabt. Ähm. Das macht Gift. Das macht Gift. Das setzen wir auf den da ein. Und. Das machen wir auf den. Äh. Reicht leider nicht. Was hat denn der da für zweiten Debuff? Weiß ich gerade gar nicht. Was das andere da ist. Äh. Eishagel. Reicht leider nicht. Das ist eine ganz knappe Geschichte. Das ist echt schade. Doof gelaufen. Irgendwie. Schlagen. Oder auch. Einfach mal drauf hauen. Auch nochmal einen Sieg. So. Nur drei Sterne. Ja. Verdient. Das war nicht gut. Ähm. Mal ein Level ab. Nein. So. Okay. So. Jetzt sind wir wieder draußen. Hier sind wir noch nicht weiter gelaufen. Ach so. Bis hierhin schon. Okay. Hier unten haben wir noch mal ein paar Schleime. Die mache ich mal weg. Unten noch ein Ketzerer. Äh. Ne. Ketz. Ne. Katzerka. Katzerka. Okay. Ach. Scheiß Namen. Äh. Das sind meine auch nicht besser. Aber egal. Ähm. So. Wir brauchen. Äh. Wind. Wind. Und. Erde. Ist nur die Frage. Ob Pudding besser ist. Oder Hank besser ist. Hier mal nochmal Hank. Nochmal die Hanky Chance. Hier sich zu beweisen. Federsturm. Luftsichel hinterher. Reicht auch. Für einen zumindest. So. Jetzt Erde. Ausweich nicht möglich. Hier machen wir Debuff. Hier machen wir einfach nur Schaden. Fügt Schwäche hinzu. Warum sollte ich. Also irgendwie unterscheidet sich das ja schon. Von den Damagezahlen her. Das macht irgendwie mehr Schaden als das. Aber wieso? Physischer Schaden. Magischer Schaden. Ah da. Nichts. Wir machen mit Hank einfach mehr physischen Schaden als magischen Schaden. Wir machen aber damit erst einen Debuff drauf. Dann können wir mit dem physischen Schaden gleich nachsetzen. Und dann vielleicht One-Hitten. Also mit zwei Damage-Dingern. Ja okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat sich der Debuff aber doppelt gelohnt. Federsturm. Guck mal ob wir den nochmal mit den beiden Angriffen wegkriegen. Das läuft diesmal nicht so gut. Na recht nicht. So jetzt wollte ich gern physisch mal auf den draufhauen. Ja es lief nicht schlecht. Aber nicht gut genug. Jetzt hält der sich auch nochmal voll. Luftsichel. Dann mit Wind kontern. So Federsturm hinten nochmal drauf. Macht auch weg. Ich gehe noch Kritz. Und äh. Ist gar nicht Eishage reicht. Sehr schön. Ja viele Anzeigen. Finde ich gut. Auch alles so richtig gut dargestellt. Keine Geheimnisse. Man kann hier in den Skills alles sehen was man braucht. Was was macht und so. Finde ich geil. Doch dann kamen die vier. Frei von den Sünden und Gier. Sie hatten die inneren Stimme gefunden. Und trafen das Reich ins Herz. Sie hatten die innere Stimme gefunden. Okay die vier. Wahrscheinlich sollen wir die vier besiegen. So ein bisschen die vier Fürsten in diesem Spiel. Okay hier können wir wieder hochkraxeln. Jetzt sind wir hinterm Spawn sozusagen. Oh Mist. Ja aber der Vogel hilft schon mal. Hier in Upworld. Dreimal Rauchbombe. Okay. Okay hier können wir auch weiter. Ach du Scheiße ey. Die Welt ist ja richtig groß. Tickets nach rechts. Hier sind wir jetzt oberhalb vom Spawn gleich. Interessant. Und was ist das denn? Ach die hatten wir gesehen. Oh nee gar nicht. Hatten wir nicht. Was ist denn das jetzt Joey? Alter. Das ist so ein bisschen Yeti. Ähm. Zurückziehen. Drei mal drei. Okay. So und warum sollte ich mich zurückziehen? Die werden platt gemacht. Wir brauchen Feuerschaden und Erde. Also Feuer bleibt drin. Erde. Erde. Wir brauchen eigentlich nicht zweimal Erde. Aber egal machen wir so. Das ist der erste Kampf glaube ich wo Toto nicht dabei ist. Also entzünden wir den ersten erstmal. Schön verbrennen. Dann Erde auf das Ding hier. Vergiftet. Damit können wir den auch schon killen. Den Vogel. Ist doch schon mal gut. Die haben sich geheilt. Kanalisieren. Okay. Was ist denn das alles? Tackle. Ganz klassisch. Den anderen entzünden wir auch erstmal. Erstmal auf beide erstmal einen Dot hier drauf packen. So. Wir können uns natürlich heilen. Das ist aber überhaupt noch nicht nötig. Wir können aber die Zauberei erhöhen. Das ist schon mal gut. So. Das ist ehrlich gesagt völlig egal was wir hier machen. Da füge ich aber Schwäche hinzu. Ich mache mal auf den hinteren. Der hat ein bisschen mehr Energie. Schwäche. Krügel. Okay. Tackle. Das geht alles vom Schaden her. So. Dann. Ja. Den hinterher können wir killen. Aber vielleicht verbrennt der auch einfach. Ich mache mal den hier vorne. Beziehungsweise. War einer Witz. Slarkombo haben wir auch noch. Können wir den hinten verprügeln. Vorne steht er am Brennen hoffentlich. Ne. Er heilt sich leider. Mit 40 HP in der Sekunde. Oder in der Runde. Dann muss er jetzt einfach noch mal brennen. Okay. War auch nicht so gut. Habe ich hier auch wieder besser vorgestellt als es war. Kann ich auch wieder. Ne. Vier Sterne. Ich wollte drei sagen. Ein Joey-Ei. Ein Jovi. Bon Jovi. Oh. Das ist ein guter Name. Let's go. Mag mal raub ein Ei. Ne. Brauchen wir nicht. Kann ich einfach nur nach links gehen. Das kann ich eigentlich Tastatur nicht nutzen. Also ich kann mit Tastatur das hier machen. Aber ich kann nicht nach links. Ich muss es neu eingeben. Jovi. Okay. Bon. Äh. Äh. Wo ist das Y? Ach da oben. Das ist die englische Tastatur hier. So. Bon Jovi. Let's go. Okay. So. Jetzt haben wir den auch noch mal im Team. Können wir uns natürlich auch. Aber den können wir uns jetzt auch direkt angucken. Ähm. Eishagel. Okay. Der kann wieder Wasser. Was ist das hier? Physisch. Tackle. Kanalisieren. Verleiht den gesamten Team. Kanalisieren. Buff. Aktive Skills verbrauchen. 20% weniger Mana. Nicht schlecht. Bügel. Einfach nur so mal so einen physischen Typen. Verspotten. Oh. Tank. Beim Angriff gegen Verbündete. 25%ige Chance, dass der Angriff sich gegen dieses Monster richtet. Im PvP erleidet das ursprüngliche Ziel 15% mehr Schaden. Gesundheitstreffer. Jeder Angriff löst einen zusätzlichen Treffer in Höhe von 5% der maximalen Gesundheit aus. Also den hier voll auf Gesundheit pushen. Und let's go. Habe ich gehört. Ich mache jetzt einfach alle 3. Okay. Ich würde dem gerne so ein paar Sachen mal geben. Aber... Da müsste ich immer meine ganzen Typen mal rüber. Ich weiß, die haben noch ein bisschen was. Aber egal. Zauberbuch. Mana 20%. Mana Regulation. 12. Und Tränke. Okay. Was haben wir dann? Das ist nur Crit. Das ist egal. Den würde ich dann nehmen. Verteidigung. Die beiden vielleicht auch. Möglicherweise auch den. Also ich muss natürlich gucken. Ich nehme erstmal alles, was ich so kriegen kann. Und natürlich dann auch nochmal schauen, was wir da so hinkriegen. Also, auf jeden Fall das Lebensding. Da soll man mehr haben. Das nicht. Verteidigung 12. Verteidigung 20. Ich nehme auch das einfach mit den höchsten Verteidigungswerten. So. Und dann kannst du einen wieder kriegen. Ist mir ehrlich gesagt egal welchen. Nur mal das hier. Kriegst auch nochmal was. Verteidigung brauchst du auf jeden Fall. Zauberbuch kannst du aber von mir aus auch bekommen. Nee, komm. Der hat noch gar nichts. Der kriegt auch was. So. Ich brauche irgendwas komplett hier. Morgenstern. Physisches. Für den Guten hier. Der mich nur physisch angreift. Momentan. Vielleicht gehen wir irgendwann nochmal auf das Wasser. Da haben wir zwei Wasserangriffe. Aber erstmal so. Okay. Jetzt können wir oben links auch noch gehen. Das ist schon nice. Also mir gefällt das Spiel echt gut. Muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Muschel. Nochmal Verteidigung 20. Wer hat den Verteidigungswert, der am geringsten ist. Drei Gegner gleichzeitig. Drei Typen gleichzeitig. Gussraff hier. Gussraff spiele ich ganz gerne. Deswegen kriegt der das jetzt erstmal. Okay. Was haben wir hier? Auf dieser Wunde flossen Flüsse dort. Sie fließt. Sie ließ Berge mächtig und kalt sich heben. Für alle Kreaturen war es der einzige Ort, um in Frieden zusammen zu leben. Immer diese Rhymes. Okay. Zwei Yetis und eine Katze. Monster wählen. So. Wir brauchen Gussraff. Dann ein bisschen Erde-Power. Und von mir aus dann mal Bon Jovi. Dann entzünden wir den ersten. Dann ein bisschen Erde auf den Typen. Und im letzten. Oh, der kann auch schon dieses Wasser-Ding. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Dann können wir den auch schon verprügeln komplett. Zack. Katze schon mal weg. Der kanisiert erstmal. Der auch Tackle drauf. So, dann den Hinteren entzünden. Und den Vorderen können die anderen sich kümmern. Ähm. Wir machen das hier so schon mit Gift. Ich weiß nicht, ob Tackle oder Prügel jetzt stark genug ist. Ja. Eintäglich schon. Aber der hat jetzt Gift und Brennen. Vielleicht reicht das ja. Schauen wir mal so. Ah ne. Der kriegt ja auch Heilung. Daher dann nicht. Schade, schade. Wir haben uns sparen können. So. Arcana Blitz reicht auch schon. Machen wir das einfach damit. So. Fünf Sterne sogar. Geil. Ein Apfel. Verbrauchbar. Mana 15. Kein Level ab. Brauchen wir auch grad nicht. Ist alles gut. Moment. Ich möchte da eben oben noch gucken. Oh. Ist da ne Schatztruhe. Ne Schleife erhalten. Ähm. Moment. Jetzt hab ich nicht drauf geguckt, was es war. Gesundheit plus 110. Oh. Bon Jovi. Hallo. Ähm. Gesundheit. Gesundheit. Dann das hier weg. Für die Schleife. Kriegt ja richtig viel Gesundheit. Ähm. Der hat gar keine Waffe mehr. Hab ich mir grad aufgefallen. Muss der Stock nochmal ran. Der hat schon. Kriegt der einfach. Ach kann er nicht. Ach jetzt schon ne Muschel an. Dann darf der das bekommen. So. Ich möchte auch mal ganz kurz. Aha. Was haben wir denn da? Aber ob ich da rankomme? Das ist jetzt echt knifflig. Also selbst mit dem Luke Ding nicht. Äh. Jetzt mal einmal ausprobieren. Wenn ich den hier dahin mache. Ne. Okay. Der bleibt nicht. Das würde die Sache auch echt kompliziert machen. Okay. Da komm ich aber noch nicht ran. Warte mal. Wir können uns Sachen markieren. Markieren. Äh. Das hier ist so Schatztroh oder? Oh. Die hat so ne Markierung. Äh. Schatztroh. Ich mein das ist auch schon das Icon. Aber. Ja gut. Vielleicht soll ich markieren. So vor wegen der Luft oder sowas. Aber ich bin noch nicht sicher. Hallo. Treten. Wer bist du? Der alte Buran. Na nur. Ein alter Freund. Hey Buran. Lange nicht gesehen. Ich bringe dir einen neuen Schüler. Er hat gerade seine ersten Monster ausgebrütet. Ich dachte du könntest ihm das ein oder andere beibringen. Du bist also der neue Spektalhüter. Ja. Man nennt mich den alten Buran. Auch als Kind schon hat man dich wahrscheinlich auch schon der alte Buran genannt. Ich habe mein Lager am Ende des Hüterwegs aufgeschlagen, damit ich euch Grünschnäbeln in euren neuen Pflichten als echte Monsterhüter unterweisen kann. Aber lass uns erst gegeneinander kämpfen, um zu sehen, ob du dieses Titel zu dir bist. So sieht's aus. Erstmal aufs Maul geben. So ist richtig. Beobachte deinen Gegner sorgfältig. Manche sagen, das Ergebnis eines Kampfes stünde von vornherein fest. Da ich diese Blobs selbst aufgezogen habe, sind sie stärker als die, die du bisher gesehen hast. Wie du siehst, ist sie ein Level viel höher. Level 5. Ja, geht ja noch. Du kannst auch die Schwächen und Widerstände deiner Gegner sehen. Meine Blobs sind schwach gegenüber Windangriffen. Danke, dass du das nochmal sagst. Das ist mir tatsächlich schon aufgefallen. Ich bin ein smarter Boy. Deswegen nehmen wir dich mit. Dich mit. Und... Die machen Wasser. Ja, deswegen nicht. Gusraf. Ja, ich glaube Bon Jovi. Das ist ein geiler Tank. So, Luftsichel. Let's go. Ja, die machen echt wenig Schaden. Sieh zur oberen rechten Ecke deines Bildschirms. Das ist der Kombozähler. Jede Aktion im Kampf beeinflusst den Kombozähler. Er erhöht sich je nachdem, wie oft du deine Gegner triffst oder deine bewirrenden Heils oder Buffs. Okay, aber irgendwie, manchmal ist der runtergegangen einfach. Keine Ahnung. Der Kombozähler erhöht den Schaden der darauffolgenden Angriffe. Nach jedem Zug wird er zurückgesetzt. Ach so. Oh, das ist mir nicht so aufgefallen. Es ist also sinnvoll, erst deine schwachen, verteidigungsstarken oder unterstützenden Monster einzusetzen und Aktionen mit mehreren Treffern auszuwählen. Ja, macht natürlich Sinn. Dafür ist dieser Mehrtreffer gut. Dies wird den Schaden deiner offensiven Monster, die anschließend agieren, erhöhen. Ah, also eigentlich sollte ich eher das Federsturm einsetzen, bevor ich mit Totoan hätte angriffen sollen. Wenn ich das richtig verstehe. Prügel es fünfmal. Da bin ich mal drauf. Ja, finde ich gut. Liegner ist am Zug. Blasenexplosion, okay. Ist aber noch nicht gefährlich. Schade, dass die nicht auf Toto gehen, die Schadensdinger. So, also der hier macht nämlich nur viermal 40%. Obwohl, 40% ist auch nicht so geil. Das sind 25%. Das ist aber noch schlechter. Also das hier auf jeden Fall. Das ist... Also das hier muss auf jeden Fall zuerst eingesetzt werden. Dabei der Combo-Zetter jetzt um sechs steigt. Genau, richtig. Sehr gut. So, das macht 160. Das macht 200. Eigentlich jetzt als erstes den hier. Keine Ahnung, ob das jetzt wichtig wäre. Und dann das hier. Nice. Haben wir gut gemacht. Grasenexplosion Level 2. Das lukt mich jetzt nicht. Also, Federsturm wieder drauf. Hat gerade gut geklappt. Huffzichel. Da wird jetzt nochmal gute Tritts landen. Dann kann das... Ja, wir sind schon am letzten Gegner. Kann das wieder was werden? Ja, sauknapp. Schade. Wir haben keine Dots drauf. Mit diesen Gegner... Mit diesen Leuten haben wir leider keine. Einmal krallen. Let's go. Sieg! Ja, nur drei Sterne. Ich finde das eigentlich ganz gut, was wir gemacht haben. Bisschen unfair. Nicht übel. Gar nicht mal so übel. Du bist den Hüter weggegangen und du hast meine Monster besiegt. Um aber ein richtiger Monsterhüter zu werden, musst du noch eine weitere Prüfung bestehen. Junger Hüter, die nächste Prüfung wird eine weit größere Herausforderung. Du sollst dich erst darauf vorbereiten. Wenn deine Monster noch Scale-Punkte übrig haben, verteile sie jetzt mit Bedacht. Okay, dann mache ich die jetzt. Hätte ich jetzt langsam eh mal vor. So, wir können Wind auch pushen. Wir wollten das Ding ja als Wasserding lassen, aber es ist echt ganz gut, wenn man zwei Sachen hat. Aber wir können auch die Magiewertung erhöhen. Aber das hätte mir jetzt gerade im Kampf ja schon geholfen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Damit können wir dann richtig Schaden machen. Im späteren Verlauf. Hybrid. Angriff wird um 10% der Magie dieses Monsters und Magie um 10% des Angriffs dieses Monsters erhöht. Der Magie dieses Monsters und Magie um 10% des Angriffs. Okay, einfach nochmal mal Angriff und Magie Schaden ist beides relevant. Sozusagen für diesen magischen Schaden oder wie. Ich mache jetzt erstmal das hier. Warte mal, was ist das? Für jede erhaltene Heilung werden 5 Mana regeneriert. Ja, auch nicht schlecht. Verbessert Angriffswertung. Ja, okay, erstmal das hier. Und jetzt würde ich tatsächlich auf das hier gehen. Magie Wertung noch ein bisschen erhöhen. Was war das? Da ist irgendwas erhöht worden. Wahrscheinlich die Magie Wertung. Ähm, so, auch hier Magie finde ich ganz gut. Schützt alle mit einem Schild in Höhe von einmal. Ein Schild finde ich auch nicht schlecht. Könnte uns ein bisschen helfen. Bei Angriffen gegen Gegner wird für jeden Treffer ein Schild in Höhe von 15% der maximalen Mana erzeugt. Ah, okay. 72 Mana. 15%. Ja, sind halt, keine Ahnung, 10 oder so. Verbessert Mana Wertung 1. Ich mache jetzt mal das hier. Ein bisschen stärker werden. Dann hier. Heilungsaktion. Ja, vielleicht sollten wir jetzt auf Heilung gehen. Und dann vielleicht das hier. Weiß ich gerade gar nicht. Warte mal, 60 plus 20% der Magie. 70 plus 25% der Magie. Hm. Das Magie Wert ist 30%. Das ist ein Drittel. Also um 20. Das ist ungefähr auch das, was hier... Dann finde ich das hier besser. Blasenexplosion ist Wasserangriff. Dann könnten wir auch mit ihm mal einen Wasserangriff machen. Das ist auch nicht schlecht. Finde ich tatsächlich gar nicht mal so bad. Je nachdem, was kommt. Ach so, wir können gar nicht mehr. Die hatten ja nur einen Skillpunkt. Rügel. Das hier ist Verteidigung. Das war das. Mal hier mal Angriffswertung erhöhen. Äh, mal eine Regulation. Jeder Angriff löst einen zusätzlichen Treffer in Höhe von 50% des Verteidigungswertes aus. Hui. Okay, machen wir. Von Jovi hat gar keinen Skillpunkt. Was bist du denn für einer? Hatten wir noch irgendwie Ausrüstung? Ne, hatten wir nicht. Äh, so. Betreten. Hier können wir rein tun. Schlafen. Hier können wir gar nichts. Warte mal, was? Nutzen. Äh, die Titel dieser Bücher lauten... Das alte, äh, Buch der Blobaufzucht und versteckte Orte der Monsterzuflucht, ein Leitfaden. Ja, mitnehmen. Aber sofort. Hast du dich auch auf die wahre Prüfung vorbereitet? Ja, hab ich. Gut. Du hast Mut bewiesen, aber diesmal wirst du keinem normalen Monster gegenüberstehen. Sondern dieser Taffee... Kassi... Mein Gott. Kaffee-Tasse. Äh, ist das ein Affe? Metall-Affe? Oder wie? Okay, let's go. Der erste Boss, oder was? Dampfgolem. Okay, Schwäche gegen Wind. Besonders starke Monster bezeichnet man häufig als Champions. Sie haben mehr Gesundheit, verursachen mehr Schaden und können mehr als einmal pro Zug agieren. Es ist deine Aufgabe als Monsterhüter, dich um sie zu kümmern. Also es ist nur rechtens, dass du einen Champion besiegst, um Mitglied des Ordens der Monsterhüter zu werden. Zeig mir, was du drauf hast. Okay, was macht der da hinter deinem Haus? Warum kümmerst du dich nicht? Bist du zu schwach? Okay, wir brauchen also Wind-Typen. Also die beiden sind auf jeden Fall safe drin. Und der setzt Erdattacken ein. Das könnte beiden zum Verhängnis werden, tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, Heilung noch dazu, ne? Also vielleicht unser Pudding, den wir gerade nochmal auf Heilung gepusht haben. Oder halt Bon Jovi für... Für ein bisschen Verteidigung. Aber ich mach das einfach mal mit Pudding. Let's go. Luftsichel. Aber wir hatten erst mit Dingens eingreifen sollen, ne? Federsturm. Bei dem gesamten Team Helfer-Buff. Warte mal, was war das jetzt? Gesundheitsangriffs und Mahnreaktion erhöht. Kann mehrere Aktionen im Zug durchführen. Und Macht. Vielleicht dem ganzen Team Macht. Ne, achso, das ist der Champion. Äh, wieso kann ich denn jetzt nicht mehr meine Sachen nicht durchlesen? Äh... Ach, das steht da unten schon. Ne, gar nicht. Aber, ne, ich kann das tatsächlich nicht mehr lesen. Der Buff, was der nochmal bringt. Komischerweise. Buff-Info geht nur auf den von Champion. Okay, Helfer. Kann ja nicht schaden. Ich weiß es nur leider gerade nicht. Ich hab's gerade erst geskillt. Ob ich hab so viel dieses Geld. Bin da wieder ein bisschen verpeilt. Magie, Helfer. Steinregen, okay. Ich glaube, dass er irgendwie mehr Schaden macht. Bei jedem Angriff oder so. Das war da noch... Äh, nicht Schaden, wie gesagt. Wir greifen mal so an. Weder Sturm drauf. Und... Gift ist schon mal gut. Eilen machen wir gleich nochmal. In der nächsten Runde. Dann kriegt Toto ein bisschen Heilung, denke ich mal. Aber Gift auf jeden Fall, so früh es geht. Das ist wichtig. Nochmal. Ja, oh. Jetzt braucht, glaube ich, Poké-Rdee. Das Dingens. Ne, einmal hier. Erstmal Feder Sturm. Zack. Da kommt immer noch ein Angriff hinterher. Ich glaube, das ist das, der Helfer. Das ist sehr gut. So, Heilung. Hier kann man komplett Feder voll heilen, einfach. Und dann kriegt Toto sogar noch ein bisschen Heilung ab. Waren jetzt nur 18. Ich dachte erst ein bisschen mehr. Ich hatte 20 gedacht. Aber ich glaube, ich habe nicht richtig gerechnet. Äh, so. Dann nochmal Feder Sturm. Die epische Musik. Natürlich mit Chor. Da wurden keine Moskosten und Mühen gescheut bei dem Indie-Game. Gift hat er halt schon. Aber es juckt nicht, was ich einsetze. Tatsächlich. Ach ja, da können sie ja mal selbst heilen. Und Toto kriegt nochmal 18 dazu. Ist auch gut. Schild Level 2. Oh, 270 Schild. Ey, oh, die Schild. Da müssen wir jetzt erstmal durch. Das dauert. Ach du meine Güte. Erstmal nur das Schild wegkriegen. Also das darf er nicht die ganze Zeit einsetzen. Aber er hat ja auch noch den Gift-Zustand. Also ein bisschen Schaden kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Legt das am Zug. Ja, genau. Greif an. Das ist richtig. Kein Schild einsetzen. So, dann nochmal. Unsere Buffs bleiben aber recht lange. Für den ganzen Kampf vielleicht sogar. Das fand ich echt cool. Dann lohnt die sich nämlich richtig. Und da ist er weg. Gar kein Problem für uns. Ja, nur 3 Sterne. Menge der seltener Beute. 1 Menge gewöhnlicher Beute. 2 Eisen. Das ist ein seltenes Ding. Und erstmal schön hier Level-Ups. Glückwunsch, Jungspund. Du hast deinen ersten Champion besiegt. Und bist ab sofort ein Hüter-Kandidat. Toll, ich bin nur Kandidat. Geil. Mehr brauchst du nicht zu tun. Bleib aber noch eine Weile und hör mir zu, ja? Denn in der Zuflucht gingen Dinge vor sich, die mir Sorgen machen. Du musst wissen, dass Monster auf normalem Wege nicht so stark werden. Und Champions akzeptieren normalerweise keine anderen Monster an ihrer Seite oder einen Hüter, der sie kontrolliert. Und Champions sind immer eine Anomalie, sehr selten. Ich habe diesen Golem selbst verbessert, um ihn stärker zu machen. So was aber auch. Aber selbst ich konnte ihn nicht über längere Zeit hinweg kontrollieren. Deswegen halte ich ihn die meiste Zeit über deaktiviert. In letzter Zeit haben Hüter Ranger eine ungewöhnliche Große an Champions in der Zuflucht gesehen. Ich bekomme immer wieder Briefe per Veropost, richtige Eulenpost hier, oder halt per Adler, von Rangers, die entfernten Gebieten der Zuflucht feststecken und dort gegen Champions kämpfen. Wenn ich nicht schon so alte Knochen hätte, würde ich ja selbst dorthin gehen. Aber zumindest kann ich dafür sorgen, dass der Hüterweg sicher bleibt. Ich habe aber einen Champion in den Höhlen dieser Gegend gefangen. Sogar ein Champion, okay. Du kannst dich um ihn kümmern, wenn du dich der Aufgabe gewachsen fühlst. Gib X Fatschlüsse erhalten. Doch bevor du gehst, möchte ich dir noch eine Sache beibringen. Keine Sorge, ich habe nicht noch mehr Monster, die du bekämpfen sollst. Jetzt geht es nur um das Füttern deiner Monster. Ui, zweimal Äpfel erhalten, zweimal Kartoffeln. Wenn du deine Monster fütterst, verbessern sich ihre Werte. Ach so. Das bedeutet das. Ah, okay. Es ist wichtig, dich um deine Monster zu kümmern, wenn du dich weiterhin Champion-Monster stellen willst. Aber ein Monster profitiert immer nur von den letzten drei Nahrungsmitteln, die du gegeben hast. Und jetzt für Glück auf deinem Weg als Monster-Hüter. Das ist interessant. Nun, ähm. Du bist jetzt also Hüter-Kandidat. Um im Rang aufzusteigen, musst du mehr Champions besiegen. Und wer weiß, vielleicht wirst du denen gehören, die den Titel des Süßlameisters erlangen. In mehreren Generationen schafft das immer nur einer. Ja, das bin dann wohl ich. Wir können uns jetzt sofort um den anderen Champion kümmern. Oder wir gehen erst zur Festung der Hüter zurück. Das kannst du dir aussuchen. Okay, jetzt haben wir gleich zwei Locations. Äh. Also wir können jetzt hier unten auf jeden Fall noch irgendwie weiter. Vielleicht ist das hier die Höhle. Da hinten rechts konnte ich aber auch. Ich glaube, das ist das, wo wir nicht lang durften. Vielleicht die Festung der Hüter, ne? Die war dann, glaube ich, hier rechts. Da würde ich aber vielleicht sogar wirklich... Ich weiß gerade gar nicht, aber die Höhle ist nur eine Höhle, oder? Dann können wir da vielleicht erst hingehen. Ich wüsste halt gerne, wo es weitergeht komplett. Aber das soll jetzt eh noch nicht die Sache sein, weil ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Beim nächsten Mal gehen wir hier weiter. Und ich würde sagen, dann nutze ich einfach mal dieses Bett hier. Naja, zumindest so zur Hälfte. Und dann schauen wir beim nächsten Mal hier weiter bei Monster Sanctuary. Hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Haut rein!